Gute meine Freunde, willkommen zum neuen Guide bei mir auf dem Kanal. Ich bin Sascha, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute gucken wir uns mal die neuen Wargames an. Wargames haben ja in Season 10 am Update bekommen, leider keins, was gut ist, meiner Meinung nach, aber auch das müssen wir ja spielen, um uns die Eventkarten zu holen und darum hole ich euch mal ab, wie ihr die am besten spielt. Gibt es noch Strategien, so wie es die in Season 9 gab und dann ganz zum Schluss verrate ich euch dann doch noch einen Trick, wie es ein klein bisschen leichter wird, Wargames zu spielen. Aber erstmal gehen wir rein und gucken, was ist denn Wargames überhaupt. Also wenn wir uns das Deck angucken, wir haben hier unser ganz normales 16-Karten-Deck ohne Wummens, also das heißt ein reines Männer-Deck, spielen wir hier mit den 16 besten Karten. Ganz wichtig zu erwähnen, Wargames ist nicht Deck-abhängig, sondern Level-abhängig. Ihr könnt um die Eventkarte, ich bin jetzt hier im Heroischen Modus, aber ihr könnt um die Eventkarte nur spielen, wenn ihr auf dem Level der Karte seid. Also aktuelle Stufe ist Tundra, ihr müsst mit eurem Level auf der Tundra-Stufe sein, damit ihr da spielen könnt. Und der Heroik-Modus kommt erst dazu, wenn ihr einmal die ersten fünf Karten geholt habt, also wenn ihr die Eventkarte geholt habt, schaltet sich der zweite, die zweite Runde frei. Und da könnt ihr nochmal das Heroische Upgrade für die Eventkarte spielen. Ansonsten haben wir hier wieder unsere fünf Balken und wir können auch dann unsere Werbung hier verbrauchen, dass wir dann die 25 Werbungen, die uns am Tag zustehen, hier verbrauchen. Wir gehen jetzt erstmal hier ins Game, damit wir einmal die Runde erklären, was denn jetzt Wargames ist und was anders ist. Früher war es so in Season 9, dass man quasi der Bot, gegen den man gespielt hat, der hat parallel gespielt. Also wir haben eine Karte gezogen, er hat eine Karte gezogen. Das passiert jetzt nicht mehr. Nämlich jetzt müssen wir erst unsere Karte ziehen und hier läuft die Zeit und dann kann der Bot ran. Was wir beachten müssen, hier gibt es rote und grüne Felder. Bei grünen Feldern wollen wir die Pfeilrichtung reinpacken, die oben steht und bei roten Feldern wollen wir definitiv nicht die Pfeilrichtung reinpacken, die da steht und dann können wir die Runde gewinnen. Und erst nachdem wir durch sind, also entweder wenn die Zeit abgelaufen ist oder wir auf weiter gedrückt haben, dann legt der Bot seine Karten. Der kann sich natürlich total auf uns einstellen und das macht Wargames einfach anstrengend, schwerer, wie auch immer, dann überhaupt hier durchzukommen. Das ist jetzt erstmal die Variante. Die eine Variante, die spielen wir durch. Ich versuche immer entweder direkt einen Ring mit drei Karten einzunehmen, wenn ich zum Beispiel dreimal die passende Pfeilrichtung habe bei einer grünen Stage oder ich versuche dann geteilt zu sein. Jetzt haben wir hier, jetzt könnten wir hier versuchen, die komplett einzunehmen und hier haben wir nur noch Pfeile nach unten. Da würden wir Minusprozente kriegen jede Runde. Darum können wir entweder versuchen, hier unsere Karten hinzulegen und das machen wir jetzt auch mal, weil den werden wir safe gewinnen. Und hier gehe ich auch davon. Ne, das machen wir nicht. Wir schieben den nochmal hier rüber, auch wenn wir hier Minusprozente kriegen. Also hier müsst ihr einfach nach dem Bauch rausspielen. Es gibt keine wirklich gute Strategie, weil der Bot halt nach euch ran ist. Was ihr bitte nicht macht, ist den Supermove, der ist jetzt ja gerade bei mir ready, dass ihr den in der zweiten Runde nehmt. Also wenn, nehmt ihr Supermove in der ersten Runde und legt in jedes Feld eine Karte und macht Supermove und halt in ein Feld dann zwei Karten rein. Also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Aber wichtig, wir machen gleich nochmal eine Supermove-Runde. Nicht mitten im Spiel anfangen zu Supermoven. Ihr seht, punktemäßig wirklich sehr anstrengend, sehr knapp. Und wir gucken, ob wir hier die Stage gewinnen. Haben wir nicht. Wenn ihr eure Einheiten verlieren, dann fliegen die auch raus und ihr habt eine komplett leere Arena. Na, wir haben jetzt auch natürlich noch solche Buttons, die wir hier oder solche Tools, die wir hier nutzen können. Hier darf alles außer Pfeil runter. Und das versuchen wir auch mal. Hier kommt auch der Wert dran. Hier glauben wir, dass wir gewinnen. Und hier können wir einmal den Ring-Out einnutzen, dass wir eine gegnerische Karte rauskicken. Und wir können noch eine vierte Karte uns dazu holen und die noch schnell hier reinziehen. Also gut, die hätten wir jetzt noch reingezogen. Also die Karten, die wir hier unten haben, die wir ganz normal von Bord ziehen, die können uns auch sehr sinnvoll sein, entweder eine gegnerische Karte rauszuziehen oder halt nochmal eine zusätzliche Karte zu bekommen, dass wir theoretisch in einer Runde auch fünf Karten spielen können. Und wenn wir schnell genug gewesen wären, hätten wir hier noch die Karte drin gehabt und hätten dann auch die dritte Stage gewonnen und hätten punktemäßig da einige Punkte mitgenommen. Jetzt haben wir ganz knapp gewonnen. Dafür kriegen wir nochmal 20 Punkte. Und Supermove spielt man am besten so, dass wir den direkt in der ersten Runde spielt und in jede Stage eine Karte macht. Bei grünen Stages, wenn wir eine passende haben, macht das halt total Sinn. Und ansonsten könnt ihr die Karten so sinnvoll verteilen. Hier können wir noch eine Ausrüstung nutzen, die auf die beiden geht. Also darum würde ich das jetzt so verteilen und den Supermove dann zünden. Ihr könnt immer nur ein Dings hier spielen. Theoretisch könntet ihr auch noch die Karte spielen, dass ihr eine fünfte spielen müsst. Aber eigentlich gewinnt man mit Supermove immer die Runde. Supermove könntet ihr theoretisch auch, dass ihr einmal ein Supermove nutzt, dann ein bisschen Royal Rumble oder irgendeinen anderen PvP-Modus spielt, um euren Supermove aufzuladen und dann in der nächsten Runde wieder zu nutzen. Aber wir kommen gleich noch zum Tick, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Weil hier ist es so, mein Deck ist auf Tundra, ist natürlich nicht ausgeglichen. Gerade 16 Kartendecks sind bei den meisten Leuten nicht ausgeglichen. Und darum gibt es da schon eine Möglichkeit, was man da noch am Deck machen kann. So, hier sieht es gut aus. Die erste Stage haben wir gewonnen, aber ein Gegner ist noch da geblieben. Und hier die anderen beiden haben wir gewonnen. Und ihr seht, von den Werten sind wir immer noch sehr gut dabei. So, wir haben Blau-Links-Pfeil nicht dabei. Aber trotzdem sollten wir hier noch ein bisschen Unterstützendes reinlegen. Die Stage haben wir Easy Save. Und die Stage, dann machen wir das so, schieben die Karte noch hier rüber, dass wir ja immer gucken, hier oben grüner Wert, grüner Wert. Und dass wir da so gut wie möglich die Pfeilrichtung auch reinlegen. Hier roter Mate Wert, dass wir dann auch kein Pfeil nach oben reinlegen. Und wie gesagt, dadurch, dass die erste Karte, die hier in den Dingern ist, durch den Supermove meist noch so viele Punkte gut hat, ist man hier dabei, dass man auch gut gewinnen kann. Und halt die ganzen Punkte mitnimmt. So, ich klicke mal ein bisschen, dass wir schneller vorankommen. Also das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt schnell eure Karten legen, auf Weiter drücken. Und wenn der Gegner seinen Zug hat, immer mal ein bisschen klicken, dass der Zug schneller zustande kommt. Und so kommt man auch schnell durch Wargames durch. Aber man muss halt wirklich sagen, Wargames ein langer, anstrengender Modus. Perfekt. Theoretisch könnten wir hier noch den besseren Tempo-Move drauflegen. Aber das war es jetzt hier. Das denke ich, guck mal, hier haben wir noch den einen gesupermoveden Wert. Und dadurch, dass der pro Runde immer noch mal 10% plus bekommen hat, die Karte, sind wir hier in der Stage eigentlich unschlagbar. So, auch hier hat er keine Karten reingelegt. Und hier legt er auch nichts rein. Das heißt, wir haben unsere 78 Punkte bekommen. Und wenn ihr es euch ein bisschen einfacher in Wargames machen wollt, dass man nicht so viel gucken muss bei unausgeglichenem Deck, baut ihr euch einfach ein Deck aus niedrigen Karten. Ich habe hier Karten von der aktuell niedrigsten Stufe drinnen und verwende aber meine hohen Manager. Und das heißt, der Unterstützer, der ja, oder der Manager, der ja auf alle Karten gibt, gibt den Karten mit den niedrigen Werten halt den höchsten Push. Und das heißt, die Karten haben hier 30er Werte. Bei Kraft und Charisma kommen auf jeden Fall noch mal 67 drauf. Und dann gewinnen sie halt auch relativ einfach die Runde. Und man hat ja noch die beiden Aktionskarten, die man bei Bedarf nachschieben kann. Wenn ihr euch das nachbaut, macht es immer total Sinn, von jeder Pfeilrichtung vier Karten reinzunehmen, dass ihr halt immer reagieren könnt und eigentlich immer eine passende Karte habt. Also ihr seht, ich habe jede Pfeilrichtung jetzt viermal drin, was auch ganz praktisch ist. Ich habe halt noch ein paar alte Special-Karten von der jeweiligen Stufe, dass die auch noch mal ein paar bessere Werte haben. Und darum gehen wir auch mal hier in eine Wargame-Runde rein. Mit einem niedrigen Deck. Und versuchen hier dann auch schnell und easy durchzukommen. Also ihr seht, bei mir zündet direkt der Manager. Und hier haben wir bei den Pfeilen nach unten, wo wir theoretisch die ganze Stage einnehmen können. Aber eine Karte wird hier halt schon gewinnen, weil wir hier oben ein 100er Wert haben. Hier spielen wir Bobby Lashley rein. Und da wir den Hintersten auch gewinnen wollen, ziehen wir noch mal eine Karte hier rüber. Auch die werden wir gewinnen. Nur bei Lashley werden wir verlieren. Oder besteht die Chance, dass wir verlieren, weil der Härtewert drankommt. Und da lege ich einfach mal den Boost drauf, der auf Härte hochgeht. Und jetzt ist eigentlich klar, dass ich jede Stage gewinnen werde. Also selbst wenn er hier drei Karten legt, unser Boost macht plus 126. Drei Karten bei ihm haben halt irgendwie 95 im besten Fall. Und darum ist auch hier ein Sieg relativ sicher. Und das sichert uns halt auch die Punkte und macht das Spiel ein bisschen angenehmer. Man muss nicht so hart nachdenken. Ihr seht, hier spielt er zwei Karten. Wir haben aber 96er Wert durch unseren Manager. Das heißt, dass wir auch die Runde gewinnen werden. Und so spielen wir jetzt halt auch die drei Runden durch. So, jetzt kommt hier halt ein Wert dran. Hier sind wir noch geboostet durch Lashley. Und wir haben noch Charisma dabei. Und so, hier kommt wieder Charisma. Das heißt, nur hier müssen wir jetzt sicherstellen, dass wir gewinnen. Und das machen wir jetzt durch den Tempo Boost. Auch hier werden wir dann gewinnen. Weiter und klicken uns durch. Ihr seht, Damien Priest hat jetzt irgendwie 200 und ein paar zerquetschte Tempo. Und darum gewinnen wir die Stage. Hier haben wir noch durch unseren Manager Boost und auch hier durch die Aktionskarte eine starke Runde. Da kann der Gegner sich pushen, wie er will. Da werden wir auch gewinnen. Und hier haben wir noch durch unseren Manager den Boost bei allen Karten. Auch hier hätte er Karten gelegt, würden wir gewinnen. Auch hier ist es wieder easy, weil Kraft dabei ist, wo wir den Boost haben. Auch bei der zweiten Runde ist Kraft dabei, wo wir unseren Boost haben. Und hier ist es jetzt ein bisschen kritisch, weil wenn er irgendwie ein paar Karten legt, jetzt könnten wir, wir können hier leider nichts mehr machen. Wir könnten einen unserer Manager spielen, aber wir können keine Karte rausboxen, weil er keine drin hat. Und wir können keinen. Und es bringt nichts, wenn wir eine weitere Karte ziehen, weil wir voll sind. So wie im letzten Jahr Karten raustauschen, das können wir in diesem Jahr oder in dieser Season nicht mehr. Dafür sind halt die beiden anderen Manager da. Unglaublich. Wir haben aus irgendeinem Grund ein Unentschieden gemacht. Ich habe nicht aufgepasst. Muss ich mir im Video nochmal angucken. Aber punktemäßig haben wir das ganze Ding halt schon gewonnen. Auch hier gewinnen wir wieder. Und hier müsste er drei Karten reinlegen, hat er aber nicht mehr. Darum kriegen wir hier unsere 73 Punkte. Und die Runde in Wargames ist gemacht. Also, das heißt, was habt ihr zu beachten? Das einfachste Wargames ist mit einem komplett niedrigen Deck, einem hohen Manager und hohe Aktionskarten. Alternativ könnt ihr ganz normal mit eurem Deck spielen und müsst halt immer drauf gucken, dass ihr die grünen und roten Pfeilrichtungen beachtet, die halt Plus- und Minusprozente geben und dann gewinnen. Und Supermove habt ihr ja auch noch. Darum nicht vergessen, gerade wenn ihr mit Top-Deck spielt, immer euren Supermove sinnvoll einzusetzen. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ihr mit einem runtergesetzten Deck spielt. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Wargames? Dann schreibt es in die Kommentare. Dann arbeite ich ins nächste Update-Video rein. Und Leute, jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin.